Herzlich Willkommen liebe Grill- und Barbecue-Freunde. Heute gibt es bei mir Rips und zwar nach Tandoori Art. Wie ich das machen werde, zeige ich euch in der heutigen Folge von Barbecue aus Baden. Viel Spaß dabei! So Freunde, ich habe es bereits vernommen. Heute gibt es bei mir Rips. Da liegt auch schon unser Leiterchen, Hauptdarsteller. Dazu brauche ich natürlich ein paar Zutaten und zwar möchte ich die Rips nach Tandoori Art marinieren. Dazu brauche ich, ich zeige es mal kurz, Knoblauch, frischer Chili, Orangensaft, einen halben Liter Cola, einen Honig, da könnt ihr euch raussuchen, was ihr wollt. Eine scharfe Soße, ihr könnt auch eine Sweet Chili Soße nehmen. Dann brauche ich eine ganze Menge an Gewürzen. Zum einen Salz, Piment, ich habe hier so einen Honig, Pfeffer, das ist dieser, grob geschotet, Kreuzkimmel, dann habe ich ein Tandori Gewürz und ich habe hier Curry. Und einen halben Teelöffel getrockneter Oregano. Das Ganze werde ich dann in den Topf einreduzieren, so um die Hälfte, was ich nur sagen wollte, Orangensaft sind es 300 ml. Eine Barbikosauce, eure Wahl, was ihr da rein macht, bleibt euch überlassen und ich würde sagen, mehr Zutaten benötigt es momentan nicht. Ich gehe jetzt zu unserem Herd und da werden wir die ganzen Zutaten zu einem machen und da seid ihr dann wieder mit dabei. Wie gesagt, wir sind jetzt an unserem Herd, da werden wir mal alle Zutaten zu einem machen. Erstmal einen halben Liter Cola, dann brauche ich noch die vorhin besagten 300 ml Orangensaft. Dann haben wir dazu frische Chili und Knoblauch, schön rein, dass ja auch nichts drin bleibt. So, die ganzen Gewürze, dann kommt die ganze Barbecue-Soße dazu. So, als nächstes ist der Honig dran, da brauchen wir auch 6 so Esslöffel voll. Also, wisst ihr, wo eine Schärfe ist, muss auch eine Süße mit dazu. Das ist noch eine beträchtliche Menge. So, ich würde sagen, das genügt mal. Dann kommt noch die Hot Sauce, da brauche ich ja auch so 5. 1, 2, 3 und das fünfte. So, was ich vorhin nicht erwähnt habe, frischer Rosmarin, 3 Zweige und 3 Lorbeerblätter aus unserem Garten. Das Ganze bringen wir jetzt mal zum Kochen. Und das muss ja gut um die Hälfte reduzieren. Und wenn das geschehen ist, dann hole ich euch wieder mit dazu. Ja, Freunde, es ist soweit. Wir können marinieren. Hier ist meine Marinade. Die habe ich abkühlen lassen, schön eingekocht. Das Ganze hat ungefähr so eine halbe Stunde gedauert. Und jetzt werde ich sagen, wir beginnen mal zu marinieren. Den Rest nehmen wir dann morgen als Glaze her. Aber ihr seht, das haftet hervorragend an dem Rib. Genauso wie ich es mir eigentlich auch erhofft habe, dass es so ist. Von beiden Seiten wird es natürlich gemacht. Wir drehen das jetzt um. Natürlich habt ihr ja vorhin gesehen, dass ich die Silberhaut weggebracht habe. Jetzt machen wir noch ein bisschen von der guten Marinade darüber. Also duften tut sie echt gut. Also das muss ich echt sagen. Das Ganze kommt natürlich über Nacht, 24 Stunden, also nicht nur über Nacht, sondern 24 Stunden in den Kühlschrank. Der Wild kann natürlich auch 48 machen. Ich glaube, das tut dem Ganzen auch keinen Abbruch. Ich habe jetzt noch ein drittes Leiterle. Das mache ich jetzt noch. Und wie gesagt, das müsst ihr jetzt nicht mehr sehen. Ich habe alles gezeigt. Ihr Freunde, dann sehen wir uns morgen. Wo? Natürlich an meinem Grillplatz, an meinem Grill. So Leute, 24 Stunden später sind wir hier an unserem Grillplatz angekommen. Die Ribs habe ich hier. Schaut sie euch an. Hervorragend mariniert. Und wie gesagt, wenn ihr 48 Stunden machen wollt, könnt ihr natürlich auch machen. Das Ganze werde ich in meinem Keramikgrill machen. Der steht direkt hinter mir. Und da gehen wir es mal hin. Bauen das Setup zusammen. Und ja genau, mit dem geht es jetzt nämlich weiter. So Freunde, hier sind wir an unserem Keramikgrill. Der ist inzwischen schon vorgeheizt. Wir machen ein indirektes Setup. Hier sind meine Deflektorplatten. Aber zuvor habe ich hier noch Whiskyjunks. Die lege ich noch mit drauf. So, einmal direkt rein. Einmal außenrum. So. Deflektorplatten drauf. So, ups. Das darf nicht sein. So. Dann kommt mein Grillrost drauf. Meine Ribhalter. Krämer zuwitter. So. Handschuhe habe ich auch dabei. Ja, fängt schon an mächtig zu qualmen hier. Dann packen wir hier gerade unsere Ribs mit drauf. Oha, hervorragend sehen die aus. So. Müsst ihr auch gar nicht mehr groß einrappen. Das genügt. Und das Ganze wird jetzt für drei Stunden schön geräuchert. Wir machen mal eine Decke zu. Und dann sehen wir uns so. Ja, ich schätze mal drei Stunden wird schon räuchern. Bis dahin. Ja, gute zweieinhalb Stunden räuchern sind nun vorbei. Wir beginnen die Dämmphase. Und da nehme ich Cola. Cola ist eh schon in der Marinade mit drin. Und ich nehme ein bisschen Apfelsaft. Das sorgt für so eine gewisse Fruchtigkeit. Aber das sei das gleich gut. Schauen wir mal kurz nach. Oh ja. Die sehen aber richtig lecker aus. Ich packe sie jetzt in meine Dädelstahlschale. Da ist sie, schaut sie. Viertel Liter Cola, Viertel Liter Apfelsaft. Und wenn ich sie wieder drauf stelle, seid ihr wieder mit dabei. Freunde, schaut sie euch noch mal an. Boah, die sind doch jetzt schon gigantisch, oder? Leute, ich werde sie jetzt einpacken. Ich habe nichts anderes mehr außer Alufolie. Und deswegen wird diesmal Alufolie verwendet. So Freunde, da kommt ein Paket. Luftdicht verschlossen. Macht Sinn, wenn man es dämpfen möchte. Und Klappe zu. Das Ganze lasse ich jetzt eine Stunde drin. Und dann sehen wir uns wieder. Ja, knapp über eine Stunde ist inzwischen vorbei. Und wir packen mal unser Paketchen wieder aus. Was da wichtig ist. Handschuhe. Der Dampf, der da gleich austritt, da könnt ihr euch schön verbrennen. Oh ja. Äußerst lecker aus. Schaut euch mal das an. So, ich hole die mal runter. Oh ja, die sind schön weich geworden. Drehen wir sie mal ganz kurz um. Und dann beginnen wir sie schon zu gläsen. Weil ihr seht, das Fleisch hat sich von den Knochen schon ein bisschen zurückgezogen. So, hier kommt die Marinade, die ich gestern hergestellt habe, wieder zum Einsatz. Jetzt bepinseln wir das Ganze mal. Jetzt kleben wir sie alle um. Also optisch sind die schon richtig der Hammer. Und das Ganze machen wir jetzt natürlich zwei, drei Mal. Erstens weh die Farbe und dann bleibe sie auch ein bisschen saftig. So soll sie eigentlich auch sein. Durch das, dass sie die Marinade natürlich schön einreduziert hat, ist natürlich von der Konsistenz her optimal. So, jetzt muss ich mal kurz eine Mal ohne lassen. Mal fragen, meine Frau mag als Kaiso Glace oben drüber. Aber wie gesagt, die zwei habe ich jetzt doch geglaced. Und das Ganze wird jetzt nochmal so eine halbe Stunde dauern. Und dann werden die Rips fertig sein. Wir haben vorhin die endlich geschafft. Knappe sechs Stunden haben wir jetzt verbracht hier am Grill. Der Keramikgrill lief konstant auf 140 Grad. Wir öffnen mal das Deckelchen. Ja, voll. So muss das aussehen. Und ich würde sagen, ich hole sie jetzt runter, sammle sie ein. Und dann wird drinnen verkostet. Freunde, nach fast sechs Stunden auf dem Grill, haben wir sie jetzt vor uns liegen. Ja. Die Rips nach Tangori Art, dann werde ich sagen, im Guten. Die auch. Also weich sind sie. Mhm. Leichter raufbringen. Also, Kasia, unsere Verhältnisse nicht überräuchert. Ja, genau. Zwei Stunden, wenn sie so ungefähr bräuchert, war ich gut. Wir kommen gleich zur Marinade. Ich muss nochmal kurz runterarbeiten. Also, ich denke, die Marinierzeit von 24 Stunden finde ich okay. Kann man aber auch 48 machen, wer will. Aber ich denke, dann wird es schon wieder zu intensiv. Also, ich finde es auch für mich gut, weil sonst, glaube ich, es ist für mich zu scharf. Die Marinade hat nämlich, nachdem danach kommt jetzt eine gewisse Schärfe. Aber gut, es schmeckt gut. Es ist halt so Tangori Art. Genau. Aber, wie gesagt, ich glaube, die Marinade hat falsch ein bisschen Mühe gemacht. Und, ja, also ich sage, kann man ruhig mal so machen. Ihr habt so gesehen, wie es geht. Okay, wir zwei werden jetzt weiter essen. Und, wie gesagt, wenn euch die Videos gefallen, was wir zwei zusammen machen. Heute war ich auch mehr oder weniger allein. Du hast ja nur probiert. Ja. Aber, ja, dann kommentiert fleißig drunter. Über ein Abo würde mich natürlich riesig freuen. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Thomas. Und die Urlaub. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.